Ich möchte am Ende von den Mitteln aus dem Spiel zu machen. Ich mache die Töne, die Töne, die Töne, die Töne, die Töne. Ich bin bereit, als Box-to-Box-Midfielder zu helfen. Ein hochtalentierter Junge, der schon bei einem der größten und traditionsreichsten Klubs der Welt aufgelaufen ist. Es ist nicht nur so, dass wir und Bobby unbedingt wollen und wollten, sondern dass Bobby auch zu uns möchte. Von daher war das dann schon zielstrebig und wir sind froh, dass wir jetzt voll zu melden können. Ich bin sehr froh, hier nach Austria zu gehen. Obwohl ich hatte, als ich von Newcastle nach Liverpool verliebte, aber das ist ein anderes Level und ich bin sehr froh. Ich bin sehr begeistert. Ich denke, das ist jetzt der perfekte Weg für mich. Ich bin bereit, zu spielen und die Minuten, die ich brauche. Ein Klub wie Salzburg habe ich gesehen, was sie für viele Spieler gemacht haben. Zum Beispiel Dominik Zoberslay, Sadio. Es gibt so viele. Das ist einfach eine Inspiration für mich. Wir sind der perfekte Klub für Spieler, wie der Bobby einer ist. Hochtalentiert, möchte den nächsten Schritt machen, hat bei uns unglaubliche Möglichkeiten, über viele Spiele und natürlich auch mit dem entsprechenden Trainerteam da ganz schnell anzudocken. Und deswegen freuen wir uns auf ihn. Und deswegen glaube ich, dass das ein perfektes Match ist. Es ist mir beeindruckend, dass mein Vater mit dem Fußball involviert wurde. Als ich jung war, war er von mir. Er war einfach mein Vater. Er hat einen Schritt in die Fußball gemacht. Er hat einen Schritt in die Fußball gemacht. Er hat einen Mann, ein junger Mann, der so viel für die Ball ist. Er ist so viel für die Spiel zu entscheiden. Er ist so viel für die Spiel zu entscheiden. Er ist ein Mann, der in so viele verschiedene Positionen kann und trotzdem hat erinnert. Er hat eine Straße. Er hat eine große Determination für die Spiel zu entscheiden. Also, das ist ein Mann, der in der Welt von Fußball spielt. Bei uns ist es ein Fortschrittel. Er ist ein Witz, dass du uns kommt. Wir sind alle auf dem Wunnen. Von der Scouts, der Trainer, der Sportstabler, der Direktor, der Media-Departement. Willkommen hier, Mann. Ich liebe es. Es ist gut zu sehen, dass das alte Fäße kommen. Ich kann gar nicht mehr zu Beginn. Ich weiß nicht, ob Pep und die resten der Staff sind, aber ich kann es warten, um alle die Spieler zu treffen. A big part of me coming here is obviously knowing Pep, the manager and Vitor and Andreas. That was a huge part. I know how Pep wants to play and I like playing like that. Pep also knows me inside out as a player, which is really important. In terms of me as a player, I'd say I like to get on the end of goals from midfield, make goals, score goals, ball carrying, but I'm prepared to do the other side as a boxer, box midfielder, helping the defensive side of things. He's a team player with a lot of individual quality and that's what I like the most. And how I just said, we are so happy that you're here, man. It's another talent to the fabric of Salzburg and it's another talent who composes football matches. and this is the kind of talent we need. Street, ambition and full of power to show the world that we are the crazy guys from Salzburg. And we add another one. I love it. I've just finished my medical there. Hopefully all fast and good. Met a lot of the people who work at Red Bull. All good. Yeah, I'd say the high intensity football that Pep played and obviously when I was at Liverpool that I was playing, it fits me perfectly. It's the way I like to play. The short term goal is just to get myself as fit as possible. And as soon as I start playing, just hit the ground running. Scoring goals, making goals, winning. I'd say the reason I'd come to a club like Salzburg is because it's the perfect match in terms of what to do for young players. And what I need right now, there's nowhere better. But yeah, I just want to say to the fans, I can't wait to step out here in the stadium in front of you all and hopefully do great things. Make sure you go to the table. I'll see you next time. See you next time. Bye. 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 Bye.